Spielstand gespeichert So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Anno 1600, glaube ich, irgendwas. Schlag mich tot. So, wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt hier sehr, sehr viele Sachen nach und nach bauen können. Aber ich habe mir gesagt, gut, wir wollen zuerst die Erzmine. Hat den folgenden Grund, dass wir dann unsere eigenen Dings zerstellen können. Wir brauchen aber jetzt viel Holz, war es doch. Jetzt brauchen wir doch viel Holz. Wie schön. Na, jedenfalls stellen wir erstmal Eisenherz her. Und dem Holz kommen wir uns dann später, glaube ich, um das Problem. Wir brauchen jetzt und wir brauchen dann zur Herstellung von Dings nochmal Holz. So, ich will mir das nochmal bauen. Ah, nee, nicht der Dings, sondern erstmal die Mine. So, und den Acha-Hauer hier hin. Wollen wir mal wieder schnell unser Stein bekommen. Salz mir läuft auch super, wie es aussieht, das freut mich. Was sagt denn unser Geld? Das ist natürlich die wichtigste Sache. Ja, wir machen sehr viel Minus im Moment. Ähm, bauen wir noch ein paar Häuser. Ähm, bauen wir noch ein paar Häuser. Passt, super. Da können wir noch ein paar Häuser mehr bauen. Das ist super. Das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Das ist doch, was wir noch ein paar Häuser. Also, die große Frage ist natürlich, ähm, wie sieht es jetzt mit den ganzen Sachen aus? Also, mit dem, was sie brauchen, also Schule, Essen, sonst was. Mehr als 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Also, die würden nicht mehr ans Essen rankommen. Das bedeutet, ich brauche hier hinten nochmal eine kleine Essensration. Und, ähm, machen wir mal hier hin. So, und. So. Ähm, wie sieht das aus mit der Kirche und sowas? Kommen sie nicht dran. Das war mir eigentlich klar. Das ist nur noch die Frage, wie wir das umbauen. Vielleicht aber erstmal die Schmiede. Wo war denn die, äh, hier? Ja, also die Schmelze, nicht die Schmiede, sondern die Schmelze. Brauchen wir ja zuerst. Und dann die Schmiede, die wir uns jetzt nicht mehr leisten können. Oder was? Da fehlt uns ein, Gottverdammt. Oh, kotzt mich das an. Da fehlt ein, Gottverdammt da. Dann müssen wir mal einkaufen. Oh, mal bis 17. Für 52. Wie sieht es sonst mit dem Alkohol? Alkohol sieht gut aus. Sonst, hier Gehobstoff und sowas haben wir nicht mehr. Essen nochmal zu wenig. Machen wir eine wieder auf. Haben wir denn genug Wolle eigentlich? Jetzt muss ich ja hier gucken. Oh, alles so kompliziert. Alles Alkohol haben wir recht. Gut. Rohstoffe, Wolle haben wir keine. Wir haben auch keine Tiere heute. Das heißt, wir kaufen ein bisschen mehr ein als 17. Wir kaufen mal 30 ein. So. Ach, lass mich doch mit deinem Feuer in Ruhe. So. So. So, nochmal ein paar Häuschen gebaut. Ähm. Was ist das für ein Geräusch? Das hört sich richtig komisch an. So. Kommt hier irgendwo ein Handelsschiff. Wo fährt das hin? Was soll es zu uns kommen? Ich werde einfach mal mit dem Schiff jetzt hier runterfahren. Wer war denn das? Was hier gewesen? Hier. Weil doch zuerst hier rüber. Aber wir fahren jetzt erstmal drunter. So mit den letzten Hämmerchen bauen wir uns jetzt die letzte Farm. Weil uns das Essen echt zur Neige geht. Und das ist gar nicht gut. Was natürlich die Geberei oder sowas macht. Das ist eine andere Geschichte. Genau, das gleiche mit der Wolle. Darum können wir uns jetzt leider noch nicht drum kümmern. Ich habe auch gesehen, das Handelsschiff fährt. Ist hier hochgefahren. Mann, die Insel irgendwie hier. Oh, wo ist denn das jetzt hin? Also war gerade hier. Und dann habe ich gesehen, oh, die Insel sieht doch eigentlich ganz nett aus. So ein Handelsschiff ist weg. Geil, diese Geschichte. Na gut. Ich hoffe mal, dass hier bald eins ankommt. Schön. Dann können wir nämlich unseren eigenen Hämmer herstellen. Wir müssen auch irgendwann mal wieder Geld einnehmen. So ist es nicht. Aber... Es geht noch nicht. So. Hämmer. Die Schmiederei. Wir brauchen gleich hier gegenüber. Und ich brauche nämlich auch Holz. Davon haben wir aber im Moment genug. Dann würde ich sagen, machen wir hier oben noch einen Industriezweig auf. Mit Grindvieh. Mit Grindvieh. Fällt uns noch. Aber zuerst brauchen wir nochmal Wolle. Wolle. Und eine Jagdhütte. Und eine Jagdhütte. Die öffnen wir hier oben mal. So und der geht nur auf Dings. Jetzt haben wir noch 22 haben wir noch da. Das will ich jetzt für ein bisschen Rindvieh ausgeben. So und das war's. Und ich hab mich natürlich verschätzt. Aber wir kriegen ja eigentlich fast sofort wieder Hämmer. Das dauert zwar noch einen Moment. Aber wir kriegen. Wir haben ja schon ein Plus. So. Wir haben das erreicht. Hier haben wir gesehen. Wir haben ein kleines Schiff entgegengesetzt zu uns. Ja Captain. Jetzt fahren wir zu denen hier hoch. Dann machen wir hier unten noch einen Handelsvertrag. Der Abschluss seines Handelsvertrages war erfolgreich. Das hätte ich mir auch nie anders gedacht. Ja drei Tonnen Leder ist ja gar nichts. Die stimmen ja eigentlich auch Bild silber her. So wollen wir mal was hatten uns jetzt gefehlt. Achso hier. Eine Schlachterei hat gefehlt. Und die hauen wir wohin. Das ist die gute Frage. Machen wir gleich hier drüben rein. Im Endeffahrer kann er hier holen. Und sonst schleppen die ab. Das ist glaube ich auch okay. Wenn die abschleppen. Ich hoffe nur die machen das. Wenn nicht habe ich einen kleinen Fehler gebaut. So und wir wollen natürlich jetzt keine Hämmer mehr einkaufen. Dann wollen wir uns jetzt selber mit Hämmer versäulen können. Und MC Hämmer im Start. Schmiede ist schon geil. 100 Holtz. Eine Schule müssen wir bauen. Das wollte ich jetzt noch bauen. Mindestens einen in diesen Part. Denn es ist ja klar. Wir brauchen ein paar mehr hier. Und ich möchte mindestens einen in diesem Part jetzt bauen. Und schon mal die Feuerwehr langsam. Auswählen. So. Da haben wir es. Und die Feuerwehr soll jetzt gebaut werden. Beziehungsweise erforscht. Also nach fünf Füßen. Jetzt dürfen sie alle zur Schule. Jetzt wollen sie natürlich wissen, wissen, wissen. Die liebes Wissen. Wir können uns sogar fast noch eine zweite Dings bauen. So. Fünf Füßen erstmal. Wenn ich mal ja dann die Feuerwehr haben. Medikus brauchen wir dann später auch noch. Fünf Füßen. Und hier sind es 50. Ui. Oh. Gucken wir mal. Holen die hier ab? Also hier schon. Aber hier nicht. Das ist natürlich schade. Obwohl sie eigentlich abholen mussten. Ja hier. Ah da kommen sie. Gut. Aber ich habe nichts gesagt. Hier kommt nichts gesagt. Die Stadt entwickelt sich zu einer blühenden Metropole. Das will ich auch hören. Und die roten haben wir jetzt auch zu sehen. Ja okay. Gut. Handelsvertrag. Ihr konntet einen Handelsvertrag abschließen. Die verkaufen Stoffe. Naja. Drei Tonnen Stoffe ist aber auch nichts. Ahoi ihr Wasserratten. Wir fahren zurück. Wir brauchen hier im Moment noch alles selber. Und wir wollen mal gucken. Essen haben wir gar nichts mehr. Schönheit ist kein Hex. Schönheit ist kein Hex. Wir haben gar nichts mehr. Wir haben einfach gar nichts. Also wir haben schon mal Tierhäute die nicht verarbeitet sind. Das ist schon mal sehr gut. Wir brauchen mal bis hinten aus. Und dann wollen wir hier oben noch eine Geberei hin. So. Eine Weberei. Nicht eine Geberei, sondern eine Weberei. Genau. Eine Geberei wäre ja hier mit dem Stingsten. Mit den Tierhäuten. So. Aber. Wenn jetzt nur noch das Plus wäre hier davor. Wäre ja alles in der Stadt super. Aber wir haben einfach viel zu wenig Rohstoffe für die Großstadt. Euer Volk hungert. Ja. Genau. Das habe ich gemeint. Genau. Das habe ich gemeint. Dann müssen wir mal Essen einkaufen. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Och. Lack mich doch dafür. So. Also wir können jetzt so drei Millionen Hose anbauen gefühlt. Aber was bringt denn uns das? Ähm. Wenn wir nicht mal. Arndlich was machen können. So. Wir brauchen hundertprozentig Essen hier auf unserer Inseln. Was hier viel zu wenig ankommt. Und das ist sehr sehr schade. Aber wir haben sogar hier Tiere. Dings drin. Dann müssen wir eben noch eine Schlachterei bauen. Kommt hier ran. Müsste ran. Guck mal. Da geht es ja erst aus dem Lager holen. Wie es aussieht. Und ich würde sagen. Wenn ich da ganz gut gefallen habe. Tipp mir auch noch nicht einen Daumen runter. Schreibt mich in die Kommentare. Meld von sie wird auch nicht. Gib mir Tipps. Tipp. Tipp. Wiss schon. Tipp. Genau. Gib mir ein Tipp. Und dann. Ciao, ciao. Spielstand gesichert.